Schauen wir uns nun an, wie diese AEC-Datei aussieht, wenn wir sie in Adobe After Effects CS4 öffnen. Sobald ich die Datei doppelklicke, wird die korrekt interpretiert und ich sehe hier drei Ordner, die hier direkt angelegt werden in meinem Projekt. In Cinema 4D Kompositionsordner befinde ich eben die Hauptkompositionen mit dem QuickTime, in Farbflächen finde ich eben Farbflächen, wie zum Beispiel diesen Textplatzhalter, den ich mit einem externen Kompositions-Tag in Cinema 4D erstellt habe und natürlich auch hier meinen Alpha-Kanal unter Special Passes. Unter Special Passes würde ich jetzt auch, wenn ich jetzt ein Multipass-Rendering gemacht hätte, all die verschiedenen anderen Passes sehen, wie zum Beispiel den für Materialien oder für Oberflächenbeschaffenheiten, Ampiduclusion und so weiter und so fort. Öffnen wir an dieser Stelle einmal die Cinema 4D Komposition und schauen uns an, wie das Ganze hier in After Effects aussieht. Wir sehen hier schon bereits, dass sich hier das Ganze genauso darstellt, wie wir es in Cinema 4D gesehen haben und es fällt aber noch auf, dass das Ganze hier so ein bisschen rough aussieht, weil wir jetzt hier diese einzelnen Kanten haben und das Ganze natürlich weiß ist und wir das eigentlich gar nicht weiß haben wollten, sondern natürlich so schön halbtransparent. Dementsprechend können wir jetzt hier den richtigen Alpha-Kanal nehmen. Dadurch, dass es eben dieser Straight oder dieser Premultiplied Alpha ist, können wir das Ganze eben hier drüberlegen und dementsprechend hier mit einer Luma-Matte versehen, eben als Bewegungsmaske. Das heißt, das Ganze sieht hier wirklich transparent aus. Wir können die Transparenz auch kontrollieren, indem wir hier das Transparenz-Raster anzeigen und so sehen, dass wir jetzt hier einen beliebigen Hintergrund einsetzen können. Wenn wir jetzt das hier nicht haben, sondern nochmal das Ganze rückgängig machen, werden wir sehen, dass wir hier keine Transparenzmöglichkeiten haben, sondern das Ganze erst funktioniert, wenn wir hier tatsächlich das Ganze korrekt angelegt haben und eben mit dem Alpha-Kanal versehen haben. Man sieht auch hier sehr schön, dass hier dieses Objekt hier in der Mitte, da wo unser Textplatz in Cinema 4D war, nach wie vor vorhanden ist. Das heißt, wir können jetzt hier einfach einen Text schreiben und dieser Text wird sich im 3D-Raum genauso bewegen. Ich schreibe jetzt einfach hier Painting with White als Text und dieser Text ist natürlich in dem Fall jetzt noch nicht 3D. Das heißt, wir müssen diesen Text jetzt erstmal 3D schalten. Das heißt, ich aktiviere diese 3D-Option für den Text. Und sobald ich das gemacht habe, sehen wir schon, dass direkt hier das Ganze sich richtig bewegt, perspektivisch angepasst ist, weil wir hier auch die Kamera aus Cinema 4D bekommen haben. Wichtig bei der Kamera ist, dass wenn wir uns die Keyframes anschauen, wir diese Kamera in After Effects nicht mehr verändern können. Warum? Weil natürlich diese Perspektive sozusagen angepasst ist exakt auf dieses Rendering. Das heißt, wir sehen hier pro Frame ein Keyframe für alle Attribute der Kamera. Wir können also hier die Kameraposition nicht verändern, sehr wohl aber zum Beispiel den Kamera-Fokus. Dazu aber später mehr. Wir können also jetzt hier diesen Text hier richtig positionieren. Das heißt, wir können ihn einfach in eine richtige Position bringen. Oder aber wir schauen uns die Positions-Keyframes an, die jetzt hier für dieses Objekt erstellt worden sind. Können diese also ganz einfach kopieren. Das heißt, ich kopiere mit diesem Keyframe und füge den hier an dieser Stelle einfach mal an. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt exakt die gleiche Position. Können das jetzt hier zum Beispiel auch ausblenden und können jetzt hier den Text so verschieben, wie wir ihn gerne hätten von der Komposition her, dass er jetzt vielleicht nicht ganz so mittig ist. Vielleicht eine etwas spannendere Position hier auswählen. Schauen wir uns das Ganze mal als RAM-Forscher an und sehen jetzt, wie sich dieser Text hier im Raum bewegt, inklusive unserer Animation dieses noch zu erstellenden Lichtschlauchs. Es fehlt aber noch ein zweiter Teil, denn es fehlt hier noch diese Lichtlinien-Komposition. Die werden wir jetzt nicht nochmal mit der IC-Datei öffnen, da wir alle wichtigen Informationen ja bereits haben. Die IC-Datei enthält eben Parameter wie Kamera und Platzhalter und zum Beispiel Lichter. Die haben wir jetzt aber hier schon, deswegen können wir die ganz traditionell importieren. Das heißt, ich gehe hier auf das erste TIFF, sage, das soll eine TIFF-Sequenz sein, importiere die mir hier rein, kann die ebenfalls in die Special Passes legen, sodass ich hier beide habe und natürlich noch das entsprechende QuickTime. Das heißt, ich hole mir auch die Lichtlinie hier rein und wenn ich jetzt hier beides zum Beispiel übereinander lege, werde ich sehen, dass es auch hier exzellent passt, denn natürlich die Kamerabewegung wurde hier nicht verändert. Das heißt, hier sehen wir die Linien. Die Linien können wir jetzt ebenfalls noch hier richtig interpretieren, sodass die hier entsprechend transparent drübergelegt sind und uns nun hier diesen Look erzeugen, den wir hier haben wollten. Später werden wir noch ein bisschen mit der Transparenz und mit dem jeweiligen Look spielen, um das hier optimal einzustellen, aber so sieht jetzt erstmal die rohe Animation aus, noch ohne Effekte und da werden wir jetzt etwas weiter arbeiten.